Möchtest du einige kostenlose Waffles-Token? Der Waffles-Token steigt gerade stark an. Wenn du also ein paar kostenlose Token erhalten möchtest und russisch, deutsch oder spanisch sprichst, dann abonniere meinen Kanal. Ich habe einen russischen, einen deutschen und einen spanischen Kanal. Die Links findest du unten in der Beschreibung. Trete auch den jeweiligen spanischen, russischen und deutschen Telegram-Gruppen bei, die ebenfalls in der Beschreibung verlinkt sind. Ich werde Waffles-Token im Wert von 100 Dollar an 15 glückliche Gewinner verschenken. 5 aus jeder Gruppe. So kannst du Teil der Waffles-Community werden. Außerdem werde ich in Zukunft auch einige andere Preise verlosen. Stelle also sicher, dass du diesen Gruppen beitrittst, um mehrere Preise zu gewinnen.